Ich sage dir jetzt sofort, warte. Zorn des Berserkers erhöht den Schaden um 40%, verringert die Dauer von Stilleffekten, Betäubungen, Verlangsamungen, Verwandlungen und Bewegungsunfähigkeiten um 50%. Hält 15 Sekunden lang an und verlängert sich um eine Sekunde pro 10 Wutpunkte, die erzeugt werden. Das heißt, wenn ich irgendwo draufschlage oder mit der Kette, mit der Q, irgendwas treffe, dann läuft die Ulti halt die ganze Zeit. Man kann sagen, die läuft unendlich lang, wenn ich im Fight bin. Ah, okay. Und dann mache ich 40% mehr Schaden. Okay, und was macht die andere Ulti? Das ist halt dieser Sprung. Hast du bestimmt auch schon gesehen. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt das mit dem, ja. Wo man die Toilette machen kann. Genau. Mit Shen. Richtig. Alle einmal durchspülen. Geil, wir haben wieder eine Sylvanas gegen uns. The winning streak. Oh yes. Komm, lock Zagara ein. Tu es. Yeah. Yeah. Willkommen, make it real. Ach, du meine Güte. Junge, was ist los auf einmal? Wir haben am Heroes Roulette gedreht. Einmal am Roulette gedreht. Jetzt haben die Gegner die Bobs. Niemand denn im Stich. Ah, Funkelchen wäre schon. Oh, Mann. Ah ja, gut. ETC, Kälter, ne? Eledan, da ist schon ein bisschen Gefahr drin, ne? Ja, Uta ETC vor allen Dingen, ne? Moshpit into Diva and Shield. Kannst nicht mehr rausstunnen. Und ne Placement Li Ming, auch. Oh, ha. Meine Klingen gehören euch. Ist halt auch geil bei der Ulti, dass du 50% weniger gestunt bist. Von der Länge her, das ist auch geil. Ob das wohl auch für Moshpit gilt? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Steht ja für alle Betäubung, Verlangsamung, Stillzauber-Effekte. Polymorph ist auch dabei. Ja, streng genommen ist, ähm... Ich glaube, wahrscheinlich, das ist ne Ultimate, ne? Ja, ist ne Ausnahme wahrscheinlich. Oh Gott, wir haben das Ding hier noch. Ding. Hat jemand noch nicht gespielt heute? Den Affen. Ist echt so blöd, irgendwie. Ach, ich find das gar nicht so... Gold nimmt man gerne mit, aber... Rollers. Ist halt ein interaktives Spiel. Das muss man ja jetzt nicht unbedingt haten. Erinnere dich mal, StarCraft II. Die Leute haben übelst rumgedingert, ey, um sich warm zu spielen. Das liegt in Ruhe. Das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Und den... Ja. Bam. Bam. Schön so viel gemacht wie ich konnte und dann weg. Oh, Zagara ist abgeholt worden von Illidan. Runter, runter, runter. Der Illidan ist fast tot und macht die Kiste noch. Boah, vielleicht kriegen wir den. Ja. Stopp, go. Schade. Schade. Uebelste Schlägerei. Ich hab aber keinen Mahler mehr. Komm raus, komm raus. Ich weiß es. Ich dachte, die anderen kommen mit, aber die sind oben beim Abgeben Punkt geblieben. Schade. Oh, jetzt werden wir noch richtig durchgelassen. Scheiße, jetzt haben die 10. Ja. Oder? Ne, 8. Schlimm genug. Alle Coins, die wir gesammelt hatten von den Kisten. Okay. 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 Leider keine Kette ready. Alter, wie knapp das schon wieder war. Da kommt Illidan. Hinten auch noch im Rücken rein. Komm, Kim. Ich bin klar, Adrien. Schlägerei hier Laufen halt die ganze Zeit weg, ist nicht so cool Socken oben, keiner sockt oben Ja, echt cool Pfff Na ok Die killen uns die ganze Zeit und kriegen die Coins Ich glaub wir müssen mal zusammen laufen, weil so gewinnen wir keinen Blumentopf Hälfte mal, hälfte mal Uuuuuh Weil ich noch einen Coin hinter dir Nice Schnell bezahlen Sie haben alle gezahlt? Ha, wen kümmert's? Jetzt geht der Spaß los Oh, 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 oh Ich bin alle Du bist Du bist Hast du Jetzt Echt schnallert er das nicht. Ich brauche Wut. Ich brauche Wut. Oh Gott. Oh, der nimmt, der hat Stun. Die Lodi alle sind. Die Full-Life-Zagara hat mich wieder geblockt ey. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Ich brauche ihn zum Hard-Camp-Bot. Oh Mann ey. Zu spät. Das hätten wir auch erst machen sollen. Ah. Okay. Ja, die machen das ziemlich gut. Ey, das war doch klar, dass sie abgeben ey. Warum kommt da keiner hin ey? Ja, lieber Top-Lane zogen, ne? Oder Spot-Lane, was weiß ich, was Liming gemacht hat. Schön einzeln abgeholt, Lim. Oh, ne schöne Mord. Heute gibt's keine Schatzsuche. Der Schatz ist da vor eurer Nase. Holt ihn euch. heavenly Sydow, cut raus. Ist ja raus. Boa, le conditions werden. Hat er nicht besagt. Komm, bezahlen Ich bin tot, versuche meine Münzen zu sammeln Ach ja, das macht doch richtig Spaß Alle Coins verloren, ey. Richtig, nur richtig nice Was habe ich davon gekriegt? Hatte ich vorher keine Wie viel hattest du denn? Sieben Ja, da sind nur zwei verloren, genau Ey, die sind so gesplittet auf der Map, ne Das ist echt So macht man das Ja, wenn die von mir weglauft Ja, komm Scheiße, mein Ding ist abgebrochen worden Egal, wir zahlen noch, komm dann runter Gut gemacht Ich glaube, sie haben genug Was? Ich bin tot Du sagst das so Das ist einfach ein Witz, Alter Das ist echt, echt schlecht Nach oben unser Hardcamp Ich weiß echt nicht, was ich skillen soll Oh ja, auf dem Talent hier Ich weiß nicht, was ich skillen soll Sag, Hara möchte schon wieder irgendwas planen, ey Komm schnell zum Abgebetypen, die wollen jetzt nochmal bezahlen Und da die Camps machen und so Und da die Camps machen und so Ich brauch versaut, du bist noch Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Gott sei Dank habe ich kein Entkommen geskillt Oh, bezahlen denn, Boss Ja Muss nur schnell sein Lasst euch das nicht zu Kopf steigen Kämpft weiter Egal, wir machen es zu zweit, zu Not Oder zu dritt Ich glaube, wir haben es genug Macht Platz So macht man das Ich muss mich zurückziehen Komm, erstmal unten, das, äh, habt ihr Münzen? Ne? Okay, klar Wir sollten dieses seltene Lager einnehmen Was Hardcamp machen Ja, ja Genau Jetzt das Soft und dann nochmal bezahlen Warte, eben mache ich ein Porta weg Während ihr das macht So macht man das Ein klarer Triumph Ich stimme zu Ah, der Dings ist oben Ist eigentlich safe Ach, nicht genug, ne? Ah, doch, du hast auch noch zwei, alles klar Unten, unten, die können wir naschen Die sind nicht komplett Ja, und ich hab das Tote Da hat wohl jemand die unsterbliche Sonja gefokust, wa? Nice heal übrigens Ja, das war last minute, ne? Ja, aber aller last second, ey Ah, ich hab auch noch die Unsterblichkeit, die 1 gespammt Und dann, aah, da kam noch der Heal, das ist so geil Okay Okay Auf den Korps, auf den Korps Boah nein, Scheiße Ja, kann sein, dass wir es jetzt verschenkt haben Ja, die können auf den Korps gehen Was macht die Li Ming, Alter? Die bleibt einfach stehen Ja, ist vorbei, schade Obwohl, wir spawnen in 10 Sekunden Ah, ne, der Illidan macht zu viel Schaden, das weiß Ja, wir können echt maun Sonst dann Boah nicht Bitter Ja, ich hätte auf den Korps weiter kloppen sollen Oder wir hätten früher gehen sollen Ne, ne, alle hätten auf den Korps kloppen sollen Der Klassiker, aber dann lassen sich immer alle ablenken Weil dann wieder Leute kommen Bitter, ey, bitter Ja, auf jeden Fall Bestützte Talente, was soll man sagen Ich kann nicht nein Ja, ich kann nicht Ich kann nur